Palladin Neues let's play Mal gucken was das ist Campaign Survival Options Bach im Hintergrund Die Toccata Da 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 Okay, Game Guide Ah, Use the arrow keys To move and What, I'm here and here Okay Schießen kann man mit space Ich guck mal ob ich den Joystick up nutzen kann Halten für whirlwind Und On-In Voll aufgeladen Loslassen Aufgeladen Aufgeladen Robots Ich hatte doch eingestellt bitteschön Dass ich Ich Den Joystick benutzen will Tut sich aber nix So muss ich Scheinbar die Die Oder maus Also wie erst der Ach Gott Das ist das eine Demo oder soll das ein Spiel sein Also ich habe auch kein Beim schießen Kein Sound Achso das ist dann um einen herum Ich stehe Ich Das ist irgendwie ein krampf im klickfinger oder Das ganz leise Ganz leise Vernimmt man das da irgendwie Was Vor und zurück kann man auch okay Aber das ist ja irgendwie ziemlich simpel das Spiel oder Das ist vielleicht was fürs Handy oder so Das ist mir irgendwie zu 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 Repetiv Immer dasselbe Selbe 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 klicken Kann jetzt nicht sagen dass das Spaß macht Warte mal Escape Am Anfang hatte ich gefragt von wegen Joystick und jetzt Beim Start Screen Also nochmal irgendwie genug davon Schrecklich Dann kriegst du überhaupt keinen Sound Ist ja schon übel oder Spiele die die Menschheit nicht brauch Ich bin mir ein ich hörs immer noch ganz leise im Hintergrund Das ist halt das Volume einfach nur runter Weiß ich nicht Das ist irgendwie Kommt mir vor wie der erste G versuch von so einem Klick dir dein Spiel zusammen Programmier dein eigenes Spiel irgendwie Keine Ahnung Macht keinen Spaß Ja Game Over Ein Glück Nö das mag ich jetzt auch nicht mehr installieren Ähm nicht mehr spielen Das würde ich jetzt direkt von der Platte installieren Äh ich weiß ja nicht Warte schrott da ne Also Spaß geht anders Ich setze mich nicht mal auf den C64 vor 30 Jahren hinterm Herd her vorlocken können Nö Nö danke Naja hat wahrscheinlich nichts gekostet Gab es irgendwo mal umsonst Manchmal ist was Gutes dabei und manchmal ist sowas dabei Halbweg gehabt ne Löschen Nö ist das Das ist das